hey ho hier bin ich auch schon wieder mal wieder mit btm block that matter aber ich denke ich komme hier nicht weiter ich bin bei 17 prozent hier bonuslevels 0 bonuslevels das bockt mich auch nicht immer noch bei level 20 the freezer ok den anfang den kennen wir ja das war aber knapp jetzt wir hätten dann nämlich auch runtergemusst hier auf diesen anderen dingen und erst mal den frostblock ok jetzt hier wieder hoch und aber da stimmt was nicht du willst auch nicht runter war so hier kommt schrägte die shake shake und bambambababa bambam glück gehabt so wie hatten wir das so 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 ich mach mal so ja das ja das sollte funktionieren so hier und zack ok dann hätten wir diesen teil nicht wieso nicht wieso ja man ok wie immer mache ich erst mal hier weg und ich sollte mir ich meine fest externe festplatte zulegen mich eine fest herrn fx platte ähm weil vielleicht spürt ihr das ja aber es leckt extrem lehnt und da fällt mir gerade was ein was nicht funktionieren wird weil ich einfach zu wenig wenn ich hier jetzt das ganze voll mache dann bleibt aber hier was übrig und das ding würde trotzdem runterfallen das bringt mir also nicht wirklich viel oder oder man man gott wie geht dieses scheiß verfickte fuck level ganz im ernst okay ähm ich probiere das jetzt einfach mal aus jawoll mein kumpel korga hier oben ne also ich zeig es jetzt extra nochmal weil ich ihn so lieb habe ihr habt es extra geschrieben um schön in youtube rein zu kommen hallo youtube ähm tut mir doch bitte eingefallen also der typ der heißt auch korga ja korga 91 könnte er in youtube heißen am besten ich stelle den link nochmal schön in die beschreibung tut mir eingefallen und schreibt dann bitte auf die pinnwand korga ist scheiße ja also das wäre echt total lieb von euch und jetzt habe ich gerade gefailt und hier wieder ja ich habe gefailt also wie gesagt schreibt es auf seine pinnwand ähm als rache dafür dass er das jetzt extra gemacht hat und ja hier nochmal neu shake 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 so also das wird noch ein nachspiel haben glaubst mir huch oh glück gehabt oh verdammt huch glück gehabt und zerstören so ich bin der ultimate destroyer ich bin der ultimate destroyer dass ich es überhaupt schaffe ja also wir wollen mal nicht zu hohe anforderungen stellen dass ich überhaupt das level schaffen könnte das wäre schon extrem cool aber ich glaube das wird nichts und naja ähm jetzt kommt wieder diese scheiß stelle ich habe echt keine ahnung was ich da machen soll kommt schon selbst wenn ich ihn einfach so durchkicken würde das würde doch nichts bringen oder nein okay Kurze Nachdenkpause. Das Problem ist, ich kann die ja auch nicht versetzt aufstellen, dass ich da einen hinstell, da einen hinstell, da einen hinstell. Und am besten noch da einen, aber das... Okay, ich hab vier Blöcke, ja? Vier verschissene fucking Bitch-Blöcke. Und, warte mal, kann ich das von hier aus nicht machen? Oh, komm schon. Wieso? Warte mal. Ähm, komm ich da unten denn noch dran? Ja. Düfte. Ey, Mann. Und das habe ich jetzt, die letzten zwei Folgen. Nicht rausfinden können. So komme ich sogar an diese verschissene Truhe dran hier. Ey, kommt! So, muss man da aufpassen, wie ich falle. Ich glaube nicht. So. Ey, Gott. Wieso? Ey, das ist doch... Ey, Mann. Ey, wie blöd muss man sein? Ohne Scheiß, blöder als... Oh, Mann. Ey, Gott. Ey, das regt mich jetzt voll auf. So, endlich Level geschafft. Mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Und was wir freigespielt haben hier. You have bought enough blocks to exit to earn a star. Hey, wir haben ein Star. Äh, draft anything to continue. Ich drücke linksklick und dann kommt diese Scheiße. So, Leertaste. Ding! Äh... Picross 3D. Cool. Ähm... Ach, du Scheiße. Okay. Es ist gut zu sehen, Green Grass, wieder. Ja. Haha, found you. Verdammt, Markus, please. Und jetzt, für eine Idee komplett... Komplettarily different. You mean Tra... Äh... I hope he won't be so upset. Hell, send his guards to us. No, he won't. I really don't understand, how you manage to stay so plain. I play puzzle games. Ähm... Cool. Also, um ruhig zu bleiben, einfach irgendwelche Puzzlespielchen spielen und dann geht es euch schon viel better. Und... Ähm... Yeah. Und so trägt man... Tricks man kleine Slimes aus, hier. Ähm... Ja. Hm. Ähm... Was brauche ich jetzt überhaupt? Ich muss doch nur... Eigentlich nur... Diese... Wo... Nee. Diese Dinger hier zerstören. Und das sind doch eigentlich genug, oder nicht? Aber... Wenn ich das mache, dann komme ich da, glaube ich, gar nicht hin. Weil ich dann irgendwie hängen bleibe. Und... Ähm... Irgendwie kann ich die gar nicht zerstören. Was... Ziemlich merkwürdig ist, weil das... Eigentlich 18. So. Egal. Ähm... Erstmal hier runter. Und... Dann... Das Sand hier holen. Verdammt. Das war nicht so geplant. Hier gehen wir wieder hoch. Oh, scheiße. System Error. Da, 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 da. Das müssen wir nicht nochmal lesen. Okay, diesmal erst untenrum. Und... Oh, Gott. Nein. Jetzt komme ich ja gar nicht mit. Fuck. Okay. Oder komme ich da doch noch irgendwie hin? Komm. Irgendwie. Okay. Ähm... Den zerquetschen wir auch mal. Oder wir zerstören uns. Das finde ich doch auch nicht schlecht. Okay. Ähm... And again. And again. And again. And again. Okay. Ähm... Das war ein Fehler. Okay. Ach ja. Wie ich Selbstzerstörungsminen liebe. Wenn sie viereckig sind, einen runden Kreis haben, zwei Füße, zwei Hände und eine Antenne. So. Ähm... Schnell weg hier. Hier hoch. Gut. Warten wir und folgen dem Vieh einfach. Und ja. Oh. Blatt gemeint. Hast du verdient. Ach, natürlich. Oh. Okay. Ähm... Ich habe schon meinen Fehler entdeckt. Ich darf das nämlich gar nicht kaputt machen. Ich muss dann nämlich wieder hochkommen. Ähm... Okay. Da, 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 da. Und dann da. Okay. Ich glaube ich brauche doch erst diese von oben. Ha. Ist sogar kaputt gemacht. Dummes Vieh. Okay. Ähm... Warten. Los. jetzt wird es natürlich wieder schwierig weil zwei slimes hier sind und ich hoffe das funktioniert jetzt überhaupt so wie ich es mir vorstelle so bitte ok hier sand hier wieder eisen und da wieder sand warten und schon kann man die anderen dinge auch wieder einsammeln so das sollte jetzt eigentlich funktionieren funktioniert auch gut jetzt muss ich nämlich da wieder hoch und da genau liegt das problem denn ich muss jetzt schnell dieses hier einfangen ok kein problem alles in butter und zack 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 ich hoffe ich brauche die dinge nicht mehr ich denke aber auch nicht und jetzt muss ich hier einfach rüber ich sagte rüber und ich springe dahin ist da komme ich zum glück noch raus jawohl ok also wie gesagt hier rüber darüber und um level beenden ganz easy ok soll ich wirklich noch dieses level machen oder nicht das ist die frage ne und das musste ja jetzt durch diese lag so kommen ist auch egal ich mache hier an der stelle schluss wir haben zwei level geschafft eins davon durch meinen duseligen fehler ja wenn es euch gefallen hat dann dann likt dieses video bitte und wenn möglich teilt das euren freunden mit und ganz wichtig recht euch an korga ich werde sein sein youtube kanal noch mal in die beschreibung stellen ähm und so kommt man hier hoch merken wir uns fürs nächste mal zumindest schreibt ihm bitte den satz ich hasse korga auf die pinwand oder ähm ja doch auf die pinwand in kommentaren und ähm rächt mich dafür dass er in meinem video erschienen ist ähm ja ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen ihr könnt gespannt auf den nächsten teil warten denn wir wissen schon mal wie es hier hoch geht und vielleicht auch wie es weiter geht das werden wir wir gucken schon mal was uns erwartet also sieht vielversprechend aus viele slimes noch mehr slimes noch noch mehr slimes und da ist das ziel und noch ein slime also ihr seht tolles erwartet uns viele slimes und bis dahin haut rein tschüss endet ich hoffe